Bayern ist anders, einzigartig und so oft kopiert. Das Land bestimmt die Lebensart und ist Ursache für die Art und Weise der Wahrnehmung. Die Natur, die Tradition, der Mensch. Tradition Leben Das moderne Leben, das sind keine Gegensätze in Bayern, sie sind Quelle der Inspiration. Unsere Farben sind Blau und Weiß. Wir sind Himola, der einzige echte Vollsortimenter der deutschen Polstermöbelbranche. Unsere Stärke ist die Individualität unserer Kunden. Die Erfüllung ihrer Wünsche, unsere Profession. Ideen für Menschen. Was morgen im Trend ist, findet seinen Weg. Und hierbei hilft uns vor allem eins. Die Erfahrung. Kundenwünsche liegen bei uns nicht auf Lager, sondern werden individuell für unsere Kunden gefertigt. Sessel, Garnituren, Polsterwelten. Die Wahl hat der Kunde. Und die ist groß. Alle Artikelnummern, kombiniert mit ca. 200 Leder und ca. 600 Stoffvarianten, ergeben insgesamt 64 Millionen Möglichkeiten, um ihre Träume Realität werden zu lassen. Wir gönnen uns in der Produktion modernste Technik. Für eine wirtschaftliche Produktion made in Germany. Doch auch wenn die Technik uns hilft, wirtschaftlich zu produzieren, ist und bleibt ein Großteil der Arbeitsschritte Handarbeit. Unsere Polsterer haben es in der Hand. Und ihr Können ist jeden Tag aus Neue gefragt. Denn Qualität ist unser bestes Verkaufsargument. Und Langlebigkeit unsere Visitenkarte. Stück für Stück Verantwortung. Mit dokumentierter Qualität. Für Kunden. In aller Welt. Und wofür? Damit Menschen so unterschiedlich ihre Ansprüche auch sein mögen. Sich jeden Tag aufs Neue freuen, in ihrer Polstergarnitur oder Sessel Platz zu nehmen. Damit diese Menschen die Freiheit haben zu wählen. Wählen nach persönlichen Anspruch und Preislage. Und zu finden, was sie suchen. Denn Leben ist mehr als Sitzen oder Lieben. Es ist das, was dazwischen stattfindet. Damit die Kunden durch die vielen Funktionen, die wir unseren Polstermöbeln mitgeben können, mehr Zeit haben für das Wesentliche. Funktionen für die kleinen und großen Dinge im Leben. Damit sie Zeit haben, mehr zu leben. Wir Zeit haben, Mensch zu sein. Himola. Polster für Menschen.